Danke! Daneben! Matthias Bühne! Ja, viel steigt hier! In der Startphase! Ein Auto vom Genetiv ganz weit fern, an der Spitze! Eins! Weiter hinten! Einer steigt ganz kurz auf, bleibt stehen! Aber die Fahrt für die verbliebenen Autos geht irgendwie weiter! Geh ihr seid auch bloß raus! Ja, irgendwie rollen die Flagge! Ja, die 76! Matthias Bühne! Mit leichtem Vorteil von der Startlinie weg! Aber den Fügel können wir gut nachziehen! Was passiert? Was sehen wir, wenn der Stolz sich verzieht? Gelb! Wo sind die überhaupt? Beide gelbe, jetzt kommt der Orange vorbei! Während ein Auto vorne eins am ungezählte Teil der Runde zieht! Ein Auto aus dem Yellow Jeep geht es auf den Plätzen 2 und 3 weg! Die Versammlung! Ein Runde! Ein Runde! Ein Runde! Ein Runde! Es gibt zwei Kampfe für O.A. Aber die Fahrt geht weiter! Wir haben hier noch drei richtige Rennrücken zu überlegen! Ein Rund, ein Staub! Aber in dem streckt es glaube ich aus... O.A. O.A. Verbrechen bleibt das Material, das bringt die Sache vielleicht nicht ein. Im weiteren Kampf hier wird geiles Finale Matthias Björn, Eko Henning und Olaf Patrick. Das war wirklich das Ding, das letzte Rett war zu viel. Ja, ein riesen Rettbewerb. Und das ist richtig, dass es bis zum Ende einer Rettbewerbung noch konsequent einzuhalten wird. Und Provision 2, die 18, Eko Henning, da hinten, den Olaf Rettstück. Ja, aber Stellmann ist bereit, er geht vor, mit der Spattmannsgrittenflagge den Sieger, den Tagessieger hier abzurechnen, der kommt in diesem Augenblick für den Sieger. Ja, oder? Ja, und die Beife an der Strecke. Der Strecke, sein Heimrett-Holigemann hat geklappt, wir haben sich ganz oben fürs Treppchen zu qualifizieren. Das war ein super Tag, beim besten Sonntenschein hier. Ja, jetzt, 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 jetzt! Wir haben auf den letzten Minuten einmal spannende Regen und die kalte Steine gespielt, aber er kam einmal mächtig aus. Am Ende Platz 2 für Ingo Henning, Platz 3 für Olaf Remschek. Er macht uns кровozyk Colorier, der in der Zeit League kom in ihr da oben wissen. Mann, Mann, determinant der Zeit.